Hallo und herzlich Willkommen zu einer Folge Minecraft Dungeons mit mir und dem Tramp Harley. Hallo. Genau, let's go. And let's go. Genau, wir haben jetzt den Desert Temple freigeschaltet. Ah, okay. Aber wir waren noch nicht in den Creeper Woods, glaube ich. Und wir waren nicht in den Redstone Mines. Also würde ich sagen, wir holen die Creeper Woods nach. Ja, das hätte ich auch gesagt. Genau. Ähm, ich weiß ja nicht, hast du dich schon mit der Missionsauswahl beschäftigt? Tatsächlich noch gar nicht. Da sieht man, was man für Loot bekommen kann. Ähm, warte. Wir machen den Daily Trial jetzt, weil da gibt's Armbrüste. Und ich will Armbrüste haben. Du willst Brüste haben? Aha. Okay. Also, probieren wir's jetzt doch mit dem Daily Trial. Da gibt's dann Bonus-Loot anschauen. BONUS! Das ist ja fast wie ein Vorlaut. Das ist Ödland. Yes. Ach, jetzt boosten sich die unterschiedlichen Mages gleich untereinander, oder was? Was ist da los? Äh. Du wurdest genubt. Ähm. Schwer. Was ist da los? Äh. Gotcha. Oh. 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 Das war jetzt. Jetzt hab ich exekute mal alles für den Gear-Score. Oh. Scheiße. Ich bin schon nicht. Und schon wieder. Äh. Ja. Ähm. Ja. Ähm. Du siehst rechts oben, was äh die Daily Challenge ausmacht. Ähm. Emeralds heilen den Player bei 4 HP. 40% of ranged mobs are replaced with Witch. And, äh. Players have to cowardice charment equipped. Ich weiß nicht was cowardice heil ist in diesem Fall. Also, es wär ja eigentlich irgendwas mit abhauen oder so. Kann das sein, dass dich irgendein Statuseffekt umbringt? Ähm. Ähm. 40% der Fernkampfkreaturen wurden ersetzt nach Hex. Ähm. Wie eigentlich nicht? Ich bin einfach nur sehr... Ja, vielleicht sind die Gegner auch noch ein bisschen zu heavy. Es kann natürlich sein, weil, ähm, das ist jetzt auf Gear-Score 15. Ich hab Gear-Score 15. Ich weiß nicht, ob er dich schon für Gear-Score 15... äh, 14. 14. 14 geratet hat. Äh, ich hab glaub 11 oder so. Oh. Oh, das ist dann nicht super. 15. 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 Ja, ansonsten können wir zurückgehen und machen den Daily Trial auch ein bisschen easier. Ist nicht so optimal, wenn dein Gearsquader nicht mit übereinstimmt. Also, Return. Probieren wir nochmal. Hoffentlich kann man Daily Trial mehrfach machen. Einen Augenblick. Einen gesunden Schluck Cola konsumiert. Daily Trial. Ja komm, probieren wir es auf 1. Das dürfte dann wohl nicht so schwer werden, glaube ich. Ja gut, das können wir skippen. Natürlich wird halt der Bogen, den wir aus der Sache rauskriegen, entsprechend schlechter. Ist klar. Aber vielleicht wird es ja trotzdem wirklich so nice. Ja, viel einfacher. Oh Gott, das ist so ein schwarm Beam. Boah. Oh. So ist das einfacher, ja. Das merkt man schon. Ist frechlich heftig. Ja gut. Ja gut. Das ist 1 und 3, ne? Ja. Ja. Oh, es skaliert halt ein Speicher. Wie viele Stufen gibt es dann insgesamt? Wahrscheinlich 30, immer 10 pro. Oh. Oh. Kill the Witch. Find the Witch. Bei der Waffe. Oh. 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 Habe ich eigentlich ne Waffe, die ich dir geben könnte? Ich könnte dir Sickles geben, also dasselbe was ich hab. Ne, ich hab ja witzig. Also ich möchte den eigentlich noch nutzen, das ist ein bisschen blöd, dass sie mich so runterzieht, aber... Achso, na wir könnten da wo du die her hast, ähm, in dem Level droppen dann ja auch bessere, wenn man dann mit höheren Level rein geht. Ne, es passt jetzt schon. Okay. Okay. Ein bisschen Challenge muss ja auch sein. Fair enough. Will ich kommen? Oh. 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 Oh, das ist ein Kindergarten. Oh. Erstmal in die Luft springen. Haha. Die hast du aber gesehen, oder? Ja. Die sind schön weg geflogen. Let's go, ähm. Oh no, 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 no! Oh no, 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 no! Oh, mit Flamm zusammen sind die Pfeile nice. Hm. Na, was auch geil ist, was haben wir noch nicht? Ach, das war leicht. Nene, wenn wir es kriegen, dann müssen wir es sehen. Das ist richtig nice. Nicht mehr gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, einige Effekte stecken hier auch. Oh, schon wieder nehmt auch gar nicht mehr. Oh, schon wieder nehmt auch gar nicht mehr. Das ist cool wie das falsch. Oh, Gott. Ne, das ist so gut. Die Musik dreht auch komplett am Watt. Oh, Gott. Ah, die haben mich. Boah. Die Evoker sind schon das Übelste. Oh, Gott. Hm. Ich glaube jetzt kriegst du Probleme, jetzt werden wir auch rausschritten, was passiert. Ah ja, ok. Ja, weil du mich nicht heilen konntest. Ja, ich hab versucht, das ist irgendwie noch ein bisschen, ja. Ja, das weiß ich schon, ne. What the fuck. Oh ne, ich sollte nicht weiter in die Gegner reinlaufen. Noch mehr Gegner brauchen wir uns nicht anlegen, der Vokal-Systeme, ne. Ich kann nicht genau runnen, soll überhaupt. Ach ja, das Spiel hat mich mitten von drin gespawned, weißt du? Nicht mal remotely in deiner Nähe. Ich muss wieder auf meine Hälfte aufpassen. Die sind heftig. Na komm, noch ein paar Bienen, noch ein paar Bienen. Ich schicke meine Bienenkampfer zur Ablenkung. Boah, da haust du ja eh nicht drauf rum. Das ist ne Evokersel, dann verschwinden die auch. Doch, okay. Ach, ich verstehe eine gerede.. Das ist, ja dann ist er der Fall. Obviously s 빠� credits. So, so ... mal wieder eine runde heilen gehen mal wieder neue Bienen produzieren oh god wo ist der evoker um die ecke irgendwo er ist tot äh was ist er? bläm jub dich ja, es war fucking close Alter werf die Bombe hoch Schrocken Schrocken ja, tja, sehr gut ah, der Bock ist die Bock ist die Alter das war sehr sehr tatt ja, ah das war krass so und das ganze ist auf dem alten Level uiuiui ja, ja, gut der Bocker war auf den hier viel verpägen ja, wobei der Loot der mir hier gedroppt wird ist kompletter Garbage wie denn? die Waffen die hier rauskommen sind kompletter Garbage ich weiß nicht ob das was wir am Ende bekommen wesentlich besser sein wird ich hab jetzt ne 5 oder was zugekriegt ja, ich hab nur 2 aber ich gehe davon aus dass wir am Ende nichts besonders kriegen ne wenigstens haben wir einen kleinen Trim gehabt ja ja, ich meine fürs Leveln ist uns immer noch gut man kann das Spiel schon hart krinden ne? auf jeden Fall ich müsste mal gucken wo ich gerade bin ich bin glaube ich bei irgendwas um die Level 80 auf der Switch-Laser ok pass hoffentlich kauft sich der Kumpel der gerade meine Switch ausgeliehen hat mal ne eigene bei Black Friday und ich krieg mal ne schneller wieder denkst du gibt's einen im Angebot? vielleicht kauft er sich auch so eine also ich hoffe ja so dass die ja egal egal also dass die Elgato GameCapture machen würdest ok sonst würde ich mir eigentlich alles kaufen ja, ich kaufe die Affinity Programme und wahrscheinlich noch ein Netzwerk Switch wobei ich den auch um ne Black Friday kaufe nur Affinity Designer Publisher oder hier mhm ah eine wertlose Rüst ja ich hab grad die 2er und die 2er Sache gekriegt richtig richtig ja spielig richtig 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 und glatt er kommt und dann Oh haaa! ja und weg und weg und weg und weg und weg oh nein oh nein hei oh der hat mich nicht auch was die Bombe überhaupt geteilt und die Wahrscheinlich muss einer die Feen beschäftigen und der andere ihn töten. Wo ist er denn gerade? Der ist hier bei mir, schickt mir seine Feen auf den Reis. Der ist hier im Moment gerade noch relativ gesund. Der ist wohl okay. Weißt du denn? Ich glaub schon, ja. Wow, das wandelt. Ja, richtig gut. Ja, wahrscheinlich ist es dann nicht so gut, wenn du noch an deine Low-Waffe haltest. Es scheint wohl richtig Probleme hinzugehen. Okay, dann wechsel ich mal zu der 13er. Irgendwas, was ein bisschen Schaden macht, ja. Ich könnte dir 14er sichern gehen. So, jetzt gibt es in der Kiste wahrscheinlich auch Schmutz. Nee. Nein. 15er Bogen. 14er Guardian Bau. Das war nicht richtig gut. Aber ich wechsel trotzdem. Da hätte man wahrscheinlich noch viel Betrugskillen bekommen, wenn wir es auch mit dem 3. Gelder geschafft hätten. Ja. Wahrscheinlich 16, 17 oder sowas. Ja. Ja. Mir gefällt es auch nicht. Nein, nein. Ähm. Ich meskele. Undere Dinge misst hier. Jetzt spawne ich nach jedem Rollen auf jeden Fall eine Biene. Also ich mein maximal 3 für die Rüstung und 3 für die Waffe. Ich habe gezogen. Cutlass. Das ist Mist. Kann aber halt. Da gibt es nichts. Okay. Vielen Dank fürs zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.